. Wind in der Luft. Iceman, wie ist deine Position? 0,0,0. 180 Meilen. Achtung, er kommt von links. 2 Meigs vor uns kommen von links hoch. Die werde ich mir vornehmen. Ich breche nach links weg. Wir haben vier von ihnen hinter uns. Das macht dann sechs. Wir werden versuchen, sie abzuhängen. Er schießt euch nach rechts weg. Mustang, hier, wo du einziehst, ist der Teufel los. Lassen Sie Alarm heute starten. Wo, wo sind sie? 160 Meilen. Sie kommen schnell näher, Sir. Schicken Sie Willard und Simkin rauf. Cat 3 und 4. Everett kriegt Überschallgeschwindigkeit. Bin in 30 Sekunden dort. Mach los, dass du herkommst. Ich werde von fünf Meigs angegriffen. Ich wiederhole, fünf. Ich bin wieder Scheiße. Was ist mit Willard und Simkin? Beide Katapulte sind defekt. Wir können jetzt keine Maschine starten, Sir. Für wie lange? Für etwa zehn Minuten. Blödsinn, zehn Minuten. Die Sache ist in zwei Minuten vorbei. Klotzen Sie ran. Eine Mik, zwölf Uhr hoch. Pass auf, hinter dir. Nach rechts wegbrechen. Verdammt, das war knapp. Beverly, wo bleibst du denn? Wir halten das nicht mehr lange durch. Was ist schon, Junge? Häng dich da rein. Oh Gott. Beverly, wo am Bord ist zu? Greife an, verdammt! Oh Gott. Beverly, wir haben einen Weg hinter uns. Pass auf! Scheiße, die sind doch hier in den Abgasstrahlen geflogen. Das ist wieder unter Kontrolle. Da haben wir noch mal Schwein gehabt. Wir müssen damit... Wir müssen eins raushauen! Drei wenig Kaffee ein, Maverick! Mach's los! Nein, das ist nicht gut. Verflucht! Maverick, halt ab! Ich wusste es! Das darf doch nicht wahr sein! Gottverdacht, Maverick! Verdammt, Maverick! Was ist los, Maverick? Was machst du? Sag mir, was ich tun soll, Guus! Sag mir doch, was ich tun soll! Maverick! 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 Maverick, halt wieder an, Sir! Ich kann ihn nicht abschütteln! Weiß, ich hab deine Mick direkt vor mir! Direkt vor mir! Sieht sehr gut aus! Sieht sehr gut aus! Zwei Kaffee! Ich bin in Schutzbefernung! Ich schieße! Wie weit sind sie weg? 155 Meilen! Zwei Mick vor uns! Annäherungsgeschwindigkeit 800 Meilen! Ich seh sie! Ich geh links runter! Mein Gott! Eisman ist unter uns! Eine Mick hängt hinter ihm! Er schießt! Links wegflassen! Er hat uns verfehlt! Kein Treffer! Komma, Eisman! Wir sind gleich nach! Zwei Micks direkt vor mir! Ich seh sie, man! Eine Pflichtung zurück! Eine Mick kommt von links auf dich zu! Aus 3 Uhr Position! Eine Mick kommt von links auf dich zu! Aus 3 Uhr Position! Ich breche links weg! Da ist er! Schnapp ihn dir! Okay Jungs! Ich komme! Maverick, eine Mick versucht sich hinter uns zu setzen! Wir müssen ja weg! Ich kann Eis nicht allein lassen! Der Kerl kommt weiter rum! Er wird gleich hinter uns sein! Ich lass meinen Flügelmann nicht im Stich! Ich bin hinter ihm! Ich werde uns jetzt in Angriffsposition bringen und schießen! Greifen an! Ich hab ihn auf dem Radar! Wir sind in der Schussenzahlung! Ich schieße! Feuer! Treffer! Der Kerl macht uns keine Ärger mehr! Eis, pass auf! Wir sind weg von rechts! Sie schießen! Wir sind getrunken! Treffer! Rechtes Treffer! Ich schalte es ab! Warte Eis, ich komme! Eis! Der Kerl ist noch immer hinter dir! Ich bring mich in Schussposition! Heil dich Maverick! Schiebe ihn! Schaffe ihn mir vom Leib! Meine Rakete ist noch nicht bereit Eis! Feuer Maverick! Ich werde den Kerl nicht los! Maverick! Wir sind schon wieder getroffen! Alle Systeme funktionieren! Wir sind okay! Eis! Wenn ich von drei runtergezählt habe, brichst du hart nachher ich's weg! Drei! Zwei! Eins! Brich rein! Feuer! Verdammt! Der weicht aus! Bleib dran, Maverick! Lass ihn nicht entkommen! Bleib dran! Ich hab ihn! Jetzt hab ich ihn! Ich schieße! Das war's! Maverick, pass auf! Du hast eine Mick hinter dir! Wir haben nur noch eine Rakete anbauen! Komm näher auf 110 Meilen, Sir! Verdammter Mist! Ich hab sie! Ich seh sie! Sie ist ganz nicht hinter uns! Du bist hier nicht los geworden! Sie ist doch immer hinter uns! Was machst du, du wirst langsamer! Ja! Ich hole ihn mir dichter Rang gerade! Habe ich dich richtig verstanden? Ich knall zusammen! Ich losier den Schub! Dann fliegt sie an uns vorbei! Sie wird uns ins Ziel nehmen! Dann fliegt sie an uns weiter! Jetzt! Ich hab gute Zielerfassung! Feuer! Ja! Trefferier!